Ich bin Hans-Jürgen Bayerath, Marktleiter im Simmelmarkt-Klauchalm. Die Weinabteilung im Simmelmarkt-Klauchalm ist ca. 40 Quadratmeter groß. In der Weinabteilung sind zwei Mitarbeiter beschäftigt. Beide Mitarbeiter werden ständig intern und extern geschult, um unsere Kunden auch fachkundig beraten zu können. Wir bieten ca. 1.000 verschiedene Produkte in der Weinabteilung an. Dabei nimmt ein großes Sortiment die deutschen Weine ein, sowie regionale Weine unserer beiden Anbaugebiete, einmal Thüringen, Saale-Unsbrut und einmal der Bereich Meißen aus Sachsen. Wir bieten weiterhin an internationale Weine, Scheimweine, Champagner, sowie auch Bio-Weine. Wir haben in unserem Markt ein Grundsortiment, was zentral festgelegt ist. Ansonsten haben wir bei der Weinbestellung absolut oder grundsätzlich freie Hand, um auch hier kurzfristig auf Kundenmensch eingehen zu können. Wir haben dazu einen Hauptlieferanten, das ist die Ethica, sowie neun Streckenlieferanten, die uns dann mit Produkten beliefern. Wir führen monatlich Weinverkostungen durch, was durchgeführt wird durch unsere beiden Mitarbeiter. Wir erhalten ständig Unterstützung durch die Industrie, die uns bei den Verkostungen unterstützen. Wir führen durch Käse-Weinabende und als große Events einmal im Jahr ein Schlammeramt. Wir bieten in unserer Weinabteilung Zusatzsortimente an. Weinzubehör bieten wir dann zusätzlich in unserem Nymphut-Bereich an, sowie Geschenke und Präsente in unserer Geschenkabteilung. Nymphut-Bereich an, sowie Geschenke und Präsente in unserer Geschenke und Präsente in unserer Geschenkabteilung.